Dieser zur Miete angebotene Laden befindet sich in Delmenhorst-Mitte. Das im Jahr 1979 erbaute Ladengeschäft wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt weist eine Verkaufsfläche von ca. 125 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Mietpreis von monatlich 2.500 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.